Jo, hallo, mein Name ist Dabinato und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Ähm, ja, zu einer neuen Folge. Ich würde sagen, Skybox werde ich im Hintergrund einnehmen als Gameplay einfach, ich weiß es gerade noch nicht, werde ich danach erst aufnehmen. Und ich wollte mich einfach mal bedanken dafür, dass ich, trotz dass ich das letzte Video im August hochgeladen habe, immer auch ein Abo-Zuwachs hatte, dass da sechs weitere neue Leute dazugekommen sind. Und hallo erstmal und willkommen in meiner Community. Ich habe für meine Community noch keinen Namen. Jo, und es finde ich auf jeden Fall sehr geil, dass ich da irgendwie noch Abo-Zuwachs bekomme, dass euch anscheinend meine Videos gefallen. Jo, und was wollte ich dann noch sagen? Achso, ich wollte mich erstmal bedanken, ich habe jetzt einen neuen PC, deshalb kann ich jetzt auch wieder Videos aufnehmen. Da wollte ich mich bei dem Dude bedanken, der mir einerseits diesen PC zusammengestellt hat, ich werde den ganzen, äh, den PC auch in die, also so ein, ich glaube ein Dokument oder die ganzen Links zu den Teilen, äh, unten in die Beschreibung packen. Also wir haben, äh, das Ganze bestellt bei Mindfactory. Das ist eine Seite, packe ich euch alles unten in die Beschreibung rein, könnt ihr da gucken, könnt ihr euch auch eure PCs bestellen, wenn ihr wollt. Ähm, ja, und zusammengebastelt hat er mir den auch an Silvester und jetzt läuft er und jetzt steht er hier bei mir im Zimmer, noch nicht final, wo er steht, glaube ich zumindest. Und, äh, ja, dafür wollte ich erstmal Danke sagen, da wollte ich noch Danke sagen an, äh, einen, der immer Werbung für mich macht, äh, was eigentlich auch relativ cool ist und auch Danke an die drei, die zu Silvester hier waren, die mir eine Million Subs gewünscht haben in diesem Jahr noch. Mal gucken, ob daraus was wird. Wäre natürlich cool, würde ich auch so schön finden, wenn es so wäre. Also, wenn es nicht so ist, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, aber, ach, werden wir bestimmt nahe dran kommen. Äh, nö. Und, achso, Neujahrsvorsätze, so kann ich ja mal sagen, ob ich da irgendwelche habe. Also, ein bisschen mehr vielleicht was für die Schule machen, weil ich da derzeit nicht so krass geil dastehe. Ja, sonst habe ich da eigentlich nicht wirklich Neujahrsvorsätze. Also, keine großen weiteren. Und, ja, außer mehr Videos machen, Videos für euch machen. Hoffe, dass es euch gefallen. Das war's eigentlich auch schon. Ich werde, falls das, mal, falls mein Gameplay da jetzt länger ist, im Hintergrund, dann werde ich das einfach ein bisschen kürzer, ein bisschen schneller machen, äh, Geschwindigkeit erhöhen. Werter sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ein, äh, ja, einen schönen Tag. Blubbidi-Blub. Und, stein. Und, wie kann ichcych designer. Vielen Dank.